Ja ich bin der Trüffel und der Schwein. Ja ich bin Kirillen, 33, frisch gebackener Selbstständiger seit circa drei Jahren. Ja mein Name ist Jana, ich bin Mitinhaberin vom Trüffel-Schwein und überwiegend für den Serviceverantwort. Wohlverdienen natürlich. Wir haben alle unsere Gäste geschafft zufriedenzustellen und das hat sich ausgezahlt. Also mit dem Stern kam schon ein deutlicher Wandel. Ja das Verständnis ist glaube ich jetzt anders und ja. Möglichst lecker, das ist das Wichtigste. Es muss lecker sein, es muss meinen Gästen schmecken und alles andere gibt sich glaube ich immer von selbst. Grundstock der Küche ist französisch mit internationalen Einflüssen. Also wir picken uns da mal so ein bisschen was aus der asiatischen Küche raus, aus der spanischen Küche, aus der italienischen Küche. Wir haben tatsächlich das ganze Jahr durch Trüffel. In der Sommerzeit ist der Trüffel natürlich eher ein Schmückungsobjekt. Im Winter ist es meine persönliche auch große Leidenschaft. Es gibt immer Schwein, es gibt aber immer iberisches Schwein und zwar vom grandiosen Hersteller, der seine Schweine wirklich auch draußen leben lässt und nicht im Stall. Also tatsächlich hat sich durch den Stern auch viel mehr Verständnis entwickelt. Oder besser gesagt, es kommen Gäste mit viel mehr Know-how übers Essen. Das war auch davor schon so, aber jetzt sind es noch mal mehr. Jetzt ist auch viel aus dem Ausland, viel Dänem, also viel Skandinavien, relativ viel Schweiz, Österreich, Niederlande. Also alles, was bei uns an Deutschland angrenzt, sage ich jetzt mal, kommt hier auch verstärkt. Kann man so sagen, ja? Nein, denke ich auch nicht. Es passt auch überhaupt nicht zu mir. Ich bin so wie ich bin und ich bin gerne das, was ich bin und ich mache unglaublich gerne das, was ich mache. Ich habe da extrem viel Spaß dran und das möchte ich auch zeigen. Und so bin ich auch mit meinen Gästen und so bin ich auch mit meinen Mitarbeitern und so bin ich mit meiner Familie. Also ich bin so. Es ist schön, schön so zu sein. Schwierig. Ich habe nichts falsch. Ich glaube beide. Das ist ganz klar. Das bin ich. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und egal, was meine Geschäftspartnerin sagt, ihr habt nicht nur die Hosen an, sondern auch noch die schöneren. Ja.